Ich wollte gerade die unangezündete Sirette ziehen. Boah, das stinkt, Alter. Aber ja, das ist wichtig. Vielen Dank. heftig so 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 Digger diese Dämpfe die machen mich ziemlich schwindelig ist so ja so jetzt so 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 kranker typ und wir haben gerade mal vier minuten ja ja sieht ja schon krank aus was wird hier abstehen alter ja 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 Ah, diegültig. Sollte Du bist krank, Digga! Du bist krank, Alter, ohne Witz! Das ist so derbe Star Trek-mäßig, Alter! Heftige Lage, Mann! Auf jeden, ne? Auf jeden! Dann muss ich nebenbei bemerken, dass wir jetzt gerade mal eine zehnte Minute sind. Ja, okay, das geht auch gut. Du bist krank, Alter. Du bist krank, Alter! Du bist krank, Alter! Schau! Du musst das Scheiß-Cut, du musst... ...das Ding... ...dai, das Ding... ...das Ding... ...dai, das Ding... ...dai... Die beiden Planeten da oben sind, finde ich schon der Hammer, Alter. Und vorhin dieses kleine Scheißteil da oben da. Ja, Box, ganz schön auf jeden Fall. Ja. Dann, wir sehen. 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 Ja, eigentlich fertig. Krang, Alter. Hat ein bisschen was von Underworld, Digga, unter Wasser. Planet, Digga. Das war heftig. Unglaublich. Warte mal, ich muss noch mal eine Monumentalaufnahme hier. Ja. 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 Ja.